Das Sonnenlicht blendete Ash, als Shigi ihn an die Wasserüberfläche gebracht hatte. Nach Luft schnappend sah Ash sich um. Auch Pikachu, Misty und Roku waren in Sicherheit. Roku hielt sich an einem großen Stück Fieberglas fest, das von der MS-Anne bei dem Untergang abgebrochen war. Jetzt trieb es wie ein Floß auf dem Ozean. Ja, ja, rief Roku zu den anderen. Ash, Pikachu und Shigi plätterten auf das Floß. Genau hinter ihnen kam Misty und Goldini. Misty und Ash riefen ihre Wasser-Pokémon zurück. Völlig erschöpft ließen sich die Freunde auf dem Floß nieder. Ash suchte das nun ruhige Wasser des Ozeans. Mit den Augen ab. Kleine Trümmerstücke schaukelten auf den Wellen, sonst sah er nichts. Team Rocket! Ist immer noch nicht aufgetaucht! Sagte er. Ob sie im Schiff gefangen sind? Aber wir können nichts für sie tun. Wir müssen versuchen, Land zu wenden. Erwiderte Roku. Er schielt Ausschau, aber nur der blaue Himmel und das grüne Wasser des Ozeans waren zu sehen. Er schickte seinen Tauboge auf die Suche nach Land und blickte dem vogelähnlichen Pokémon nach. Als es am Horizont verschwand. Das kann eine Weile dauern! Sagte er. Vielleicht doch nicht. Widersprach Misty. Da war das Tauboge auch schon wieder zurück. Es hatte ein Seil im Schnabel und ein Stück Metall von der MS Anne im Schlepptau. Jesse, James und Mousie klammerten sich an dieses Stück Metall und Karpator schwamm unbeholfen neben ihm her. Team Rocket! Rief Ash. Diese Schurken müssen neuen Leben haben. Mous, das kannst du laut sagen! Mousie hustete und prustete einen Schwall Wasser aus und sprang auf das Floß. Jesse und James öffneten die Augen und kletterten ebenfalls an Bord. Macht euch auf Ärger gefasst! Keuchte Jesse. Auf gewaltigen Ärger! Ächzte, James. Misty seufzte. Ihr zwei seid wirklich das Letzte! Jesse stöhnte. Wegen deinem nutzlosen Karpator wären wir um ein Haar ertrunken, James! Du hast recht! Gab James zu und stattete das Pokémon an. Karpator, du nutzloser Fisch! Ich möchte nicht länger dein Meister sein! James schubste das Karpator ins Meer. Es hüpfte in den Wellen auf und nieder. Das sind wir los! sagte Mousie. Irgendwie tut es mir leid, meinte Misty. Karpator, Karpator! Das Pokémon schlug verzweifelt mit den Flossen. Plötzlich erstrahlte es in einem weißen Licht, das gleich darauf mit einem gleißenden Blitz explodierte. Für einen Moment war Ash völlig geblendet. Als er wieder auf das Wasser schaute, war Karpator verschwunden und an seiner Stelle sah er ein riesiges Pokémon. Es muss mindestens zwei Stockwerke hoch sein, dachte Ash. Das Pokémon sah wie eine Seeschlange aus und war völlig mit blauschimmernden Schuppen bedeckt. Es hatte vier scharfe Fangzähne und sein Gesicht war eingerahmt von federigen Kiefern. Das Karpator hat sich gerade in ein Garados weiterentwickelt, rief Misty. Ash-Pokedex erklärte, Garados ist ein brutales Wesen. Mit seinen Zähnen kann es Steine zerbeißen und seine Schuppen sind härter als Stahl. Garados brüllte laut. James sah ihn mit seinen Augen an und sagte, Ich bin es, James, dein Meister. Du musst mir... gehorchen. Das Pokémon brüllte erneut wütend und James schrie laut auf, vor Angst. Was sollen wir machen? fragte Ash. Misty warf einen Pokéball ins Wasser und rief, Goldini, Stami, Stern du! Goldini und zwei sternförmige Pokémon erschienen. Willst du Garados bekämpfen? fragte Rocko. Misty warf allen Pokémon ein Seil zu. Meine Kampfstrategie lautet nichts wie weg! schrieen Misty. Goldini, Stami und Sterndu zogen das Floß über das Wasser. Pfeilschnell durchpflügt es den Ozean, doch für Garados war es kein Problem. Es blieb dicht hinter ihnen. Plötzlich hielt es an und brüllte laut. Was macht es denn jetzt? fragte Ash und blickte beunruhigt nach hinten. Misty war besorgt. Die Seeleute erzählen sich schreckliche Geschichten über Garados. Ich fürchte, das ist Drachenwut! Drachenwut! fragten alle anderen überrascht. Das Wasser begann zu brodeln. Vier wilde Garados reckten ihre langen Hälse über das Wasser und schlossen sich James' Garados an. Die Seeschlangen bildeten eine gerade Linie. Dann verflochten sich die Körper der riesigen Pokémon, als würden sie einen verrückten Tanz aufführen. Das ist Drachenwut! rief Misty. Die endgültige Attacke von Garados! Die fünf Garados schwammen im Kreis und das Wasser um sie herum formte sich zu einer Spirale. Schneller und immer schneller schwammen die Garados im Kreis und die Spirale wurde größer und immer größer. Schließlich erhob sie sich aus dem Wasser und stieg zum Himmel auf. Die Garados schufen einen Wasserzyklon. Etwas derartiges hatte Ash noch nie gesehen. Der Zyklon glich einem Tornado aus Wasser. Er schwankte vor ihm wie eine aufgerichtete, wütende Riesen-Cobra hin und her. Dann bewegte sich der Zyklon genau auf das Floß zu. Er kommt! schrie Ash. Es gab kein Erkommen. Ash packte Pikachus Hand. Halt dich fest! brüllte er gegen das Tosen des Zyklons. Ash fühlte wie Misty. Seine andere Hand ergriff. Rocko hielt sich an Misty und Pikachu fest. Die Freunde bildeten einen Kreis und wappneten sich gegen den Zusammenprall mit dem Zyklon. Der spiralförmige Wassertrichter rammte das Floß. Ash und seine Freunde wurden in den Zyklon hineingezogen. In seinem Zentrum wirbelten sie hilflos herum. Und Ash spürte, wie ihm erst Pikachus und dann Mistys Hand entglitten. Nicht loslassen! schrie Ash. Doch es war zu spät. Die Gewalt des Zyklons riss Ash von den anderen los und wirbelte ihn hoch in die Luft. Dann stürzte sich Ash in den Ozean und schlug so hart auf dem Wasser auf, dass alles um ihn herum schwarz wurde. Die Freunde bildeten einen Kreis und wappneten sich gegen den Zusammenprall mit dem Zyklon... Zyklon? Die Gewalt des Zyklons riss Ash. Ash.